Am Stand von der Firma Chocolat Camille Bloch kann man natürlich auch wunderbare Sachen gewinnen, unter anderem tolle Reisen. Richtig, wir haben Wettbewerb, wo man sie am liebsten Karten ausfüllen kann, die einschicken und dann gibt es einen Preis von Paris. Es gibt einen Preis, der auf Zermatt geht und es gibt einen Preis, der in Europa-Park geht, den man gewinnen kann. Kommen vorbei und können mitmachen. Und vor allem die, die jetzt sagen, ja, aber ich will ja Schokolade haben, zum Beispiel, auch die gehen nicht leer. Wir zeigen vielleicht mal schnell, diese Sache kann man hier kaufen, für wieviel Franken? 20 Franken haben wir jedes Angebot, zum halben Preis, also kommen vorbei. Es ist ein ganz gutes, tolles Angebot, das wir hier anbieten. Und hält also lange an, wenn man jetzt nicht jeden Tag weiss, wieviel Schokolade ist. Und vor allem die, die uns jetzt sagen, warum sie gerade jetzt Lust haben auf Schokolade, für die gibt es vielleicht so einen Sack, wir haben fünf Stück, die wir euch gerne schenken würden. Eben, sagt uns einfach, postet unten dran, warum ihr Lust hättet auf Schokolade. Und vielleicht gehört euch schon so einen vollen Sack von der Firma Gamiblach. Wieviel Schokolade essen Sie pro Tag? Eigentlich nicht so keben viel. Ich tue, wie gesagt, bewusst Schokolade essen. Und das gibt vielleicht so eine Branche, die ich tue Maximum in der Woche.